Ja, Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Field, äh, zu einer neuen Field Battle, ja genau, zu einer neuen Folge Battlefield, ähm, 3. Hi. Der Mutisage ist dabei, der hat schon den ersten umgebracht, habt ihr gesehen? Ja, ich bin vor einem gespawnt und dann ging's auge, auge. Du konntest eigentlich gar nicht vorbeischießen, hä? Nee, nee, wirklich, der hat auch auf mich gezielt, ich war fast tot, aber er hat halt nicht auf den Kopf gezielt, sondern auf was anderes. Auf was anderes? Ja, ich will gar nicht wissen, wo der hier gezielt war. Ja, es ist nichts, es ist nichts. Auf die Weischteile. Da kommt einer. Der hat mich nicht getötet. Ich muss sagen, die Waffe ist echt stark. Ja, hast du mir auch mehr, was du spielst so, 4-4-3? 4-4-3 mit Schalter im Fall, die hab ich früher schon gern gespielt. Oh Gott, da kommt doch. Da schießt einer von uns. Ja, da links stehen, sehr, Achtung, links, 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 Achtung, da schießt ganz scharf. Von dir von rechts. Der Boss hat mich erschossen. Mit dem einen hab ich mich gestritten, der andere hat mich erschossen. Ich lieg da so, bist du noch da? Ja, 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 Moment, Moment, ich muss gerade mal kurz gucken, jetzt kann ich dich holen. Es war noch ein, oh Gott. Ich renne! Renn weg! Soll, die haben uns nicht gesehen, da waren drei Stück hinter, die sind, die sind, die sind... Ganz kurze Aufnahmepause machen. Bleib mal weiter, schlägt uns schon mal hier in den Container rein. Ja, kein Ding, kann ich nicht mal weiter. So, da bin ich wieder. Da bin ich wieder, ja, 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 ich bin da. So, schmeiß mal hier. So, ähm. Wo sind sie denn? Wo sind die Gegner? Hast du alle umgebracht, hä? Wir haben es gerade teilweise ein paar getötet, hatte jetzt keine Muni mehr, aber hier ist gerade einer gelaufen. Ja, ich habe gerade einen erschossen, fast. Fast, okay. Wo bist du? Ah, du bist da draußen. Ich helfe dir. Ich habe einen erschossen von? Ach, von hinten, von den Kanälen. Ja. Ich habe mich auch gemessert, natürlich, ganz klar. Die müssen natürlich wieder von zwei Seiten kommen. Ja, sehr lang, wenn ich komme. Da. Ey, der Oberhock da, hä. Ey, jetzt haben wir alle, wie viele Leute kommen denn da um die Eck? Amo, habe ich schießen gelernt, hä. Alter, sein. Wer, du? Weiß nicht, ich habe gerade so daneben geschossen. Mann, ich weiß nicht. Das kann echt nicht sein. Ich nehme mir das Leben. Das sind wirklich einige dabei, die lecken einfach. Das ist so unangenehm. Ich weiß nicht, ob das nicht am Server liegt. Das war früher nicht so. Jawohl, Mon-Man-Army. Jawohl, komm her. Hier habe ich ein Med-Kit liegen für dich. Das ist noch einer, den ich gerne habe. Der rennt die ganze Zeit da rum. Ich kann jetzt nicht weitermachen hier. Hinter dem war einer. Die rennen aber den Leuten auch nicht nachher. Wo bist denn du? Ich lege da in dieser Spalch. Ich habe dich, ey. Das da halb unter dem Containergeläge. Ich habe mich versteckt. Ich hatte Angst. Oh, ja. Arme Kerl. Ja. Sollen wir in die Mitte? Ach, brei die in die Mitte und dann auf die Fresse. Wo ist denn einer? Wo bist denn du jetzt hingelaufen? Ich bin ins Ordner-Mitte. Ich bin nur durch diesen Container gegangen. Ach, da. Ich sehe dich. Ich habe jeder gleich. Keine Muni. Weißt du, es schießen 30 Mann ihm hinterher. Hab dich. Da liegt auch ein Med-Pick. Ein Pet-Mick. Oh, nein, 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 nein. Ich bin tot. Ey, mich erschießt. Ich habe den anderen aber auch erschossen. Jawohl, nice. Das war geil. Oh Gott, vor dir. Ja. Ich habe ihn, ey. Ich bin nicht in uns. Ich kann mich schon mehr bewegen. Ich komme. Ich rube an dich. Jetzt habe ich noch eine Chance. Bist aber noch da, oder? Nein, nein, ich bin nicht da. Ich bin gestern. Es war gut. Ich konnte mich noch wiederbeleben, so fast. Oh Gott. Wir müssen in die Mitte, das ist einfach Action da drin. Ja, das ist witzig, aber ich, meistens bin ich am Nachladen, dummerweise, wenn man die Kriegner wieder in die Ecke kommt. Oh, vor allem, du Guck, Jose. Komm auch wieder in die Mitte, ich bin gleich da. Hi. Hi. Ja, gut. Auf, rein hier. Äh, aus hier. Wieder an derselbe Stelle, natürlich. Bitte doch mal. Warum messert es denn meiner nicht? Warum messert meiner nicht? Ey, da drücke ich fünfmal auf F und da passiert nichts. Was denn da los ist da? Ja, und er macht einmal und messert mich. Was macht ihr denn da? Mit erst mal Kartoffelschäler, oder was? Ja, ja. Wo bist denn du? Bin wieder da, Mitte. Bruder, ich seh dich. Bin hinter dir. Nicht furzen jetzt, gell? Wer weiß. Naja, dann fall ich um mir. Gott. Ich bin ja auch mal in einen Tod reviven, das geht ja auch. Wir haben hier in der Mitte Bewegungsmelder. Was ist Bewegungsmelder? Ich seh überhaupt keinem mehr hier. Sind sie denn alle? Hallo? Wie ausgerattet. Oh Gott, die sind außerhalb, da wo du vor Schlafen dich gelegt hast. Ich lege mich schlafen, ja. So bin ich. Das ist der Zockerbaba. Ich rufe. Das rückt sich ja immer so. Nein, nein. Ich konnte mich nicht bewegen. Ach, von hinten hatte mich der Schuss. Deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe mich schon gewundert. Mal rennen wir nicht so schnell. Okay, ich warte. Hä, Hetze hier, komm. Alter Mann ist kein D, Dingsbums. Hier im Krieg. Achso. Also, ich sag das doch. Geh mal weiter hier. Oh Gott, da rennen Freunden und Feinden. Tod, habe ich erwischt. Tod hat mich nicht erwischt. Ja, warum, wieso, wie instant bin ich denn tot vom Messer hält? Das ist total krass. Kriegst du da? Kann ich aber nicht holen. Ja, ich bin auch schon. Du bist mit tot, oder? Ich bin wieder da jetzt, ja. Ich bin auch da, aber ich weiß nur nicht wo. Ich bin hier irgendwo im Grün. Ich bin hier wieder in meiner Position. Bisschen wir mit, ne? Ja, ja, das sind wir auch. Da legt doch mal immer so ein Mid-Kid dahin, du Mr. Mid-Kid. Gute Idee, vergesse ich irgendwie teilweise. Ja. Wo sind sie denn? Oh, nein, 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 da hat mich ja schon so von hinten. Von hinten, Achtung, von hinten. Ach, was ist bei dir hinten? 870MC, das ist doch ne Ding, das ist doch ne Schrotflinte. Die darf doch gar nicht spielen hier. Normal nicht, ne? Den habe ich. Ist auf die eigenen Leute, ich blick gar nicht mehr, was Freund und Feind hier ist. Das ist echt. Oh, Gott. Manchmal, ja. Das ist echt. Kann man schon mal nur über sich verlieren. Das ist ein schnelles Spiel-Ding. Ja, hier, also, das ist ja hier bekannt. Karg ist ja wirklich dafür bekannt. Actionreich, kleine Map. Das ist einer der beliebsten TDM-Maps. Ja, die ist ja auch gut, also. Aber du musst du schon... Ach, toll, jetzt habe ich keine Munition mehr. Super. Ja, jetzt lass ich mir noch in die Rücke schieße. Boah. Mann. Mein Rücken kann jetzt rücken. Ja, du musst mir rücken, dass du nicht so lang auf die Rücke so frei. Hab ich dich? War das ne Richtige? Nee. Weißse, wo war das ne falsche Grüne, verdammtags. Was, Grüne? Dann müssen wir nicht Gelb. Ja, was? Nehmen wir es in Grün. Alter, er steht hinterm Stabler und bückt da, hey. Wie der letzte Idiot. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so campen? Wo ich da bin? Äh, ja. Stablerfahrer Klaus hier wieder am Start. Ich hab keine Munition mehr. Gebt mir aber jede zwei Minuten irgendwie so. Hat da nicht mal einer was hingelegt oder so? Ey, was sind denn denn für Nubs hier? Ach Gott, hey. Da steht immer noch da, dieser Stablerfahrer Klaus. Kann doch nicht wahr sein. Ich hab dich. Danke. So, einen hab ich von dem Stablerfahrer. Ah, die sind auch noch oben. Oh ja, ich merk's. Die stürmen wir uns gleich. Einer um die Ecke. Er will dich messern. Ich hab ihn. Ich bin tot. Ich bin tot. Flieg im Container. Oh Gott. Action. Geht's, oder? Ich flieg gar nichts mehr. Auf einmal steht ein Gegner neben mir. Ich komm so hin. Sonst wird es ja nie was. Ja, ja. Ich flieg gar nicht mehr durch. Ich weiß noch gar nicht, welcher von den Leichen du bist. Ich bin... Wie, wie denn? Ich bin die schönste Leiche natürlich. Was ist denn los mit dir? Ich krieg er rechts ausnahmen können. Jawohl. Ich glaub, da kannst du mich nicht holen. Das ist zu viel. Das ist... Wieder einen umgebracht hier. So, wie sich das gehört hat. So muss das sein. Da gehen wir wieder in die Mitte und... Unsere Mittel... Nein, ich bin tot. Boah, also man muss mal wirklich sagen, Origin ist ja das behindertste. Das behindertste, wie kann man das machen? Ich werde hier gerade angeschrieben in Origin im Chat. Und was passiert? Mein Spiel minimiert sich. Warum? Warum? Es ist immer so. Immer wenn mich jemand anschreibt, es minimiert sich. Warum? Wieso? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie man sowas einstellen kann. Das ist doch echt... Unter aller Sache. Ich kann doch da gucken, wenn ich fertig bin mit Spielen. Das reicht doch. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also das dürft ihr eigentlich gar nicht machen. Sowas ist doch... Wo bist denn du jetzt? An den Linken. Da, verstehe dich, ja. Ja, genau. Ich schieße 30 Kugeln in den Rückkehr. Direkt so, es gibt eine Kugel, aber ich bin tot. Ich hab dich gerecht und... Ah, wo bist du denn? Ich kann nicht mehr... Ach, du warst... Ach, ja. Ich hab genau neben dir gestanden. Ja, ich hab schon mich konzentriert aufs Revive. Ja, okay, ich bin schon wieder tot. Okay. In die Mitte oder rein hier. Wieder an die Stelle und wagen. Ja, genau. Und wagen. Genau, gleich wieder da. Ja. Und... Ja, zwei Schuss. Von links kommen sie zwei Schuss. Ja, die kommen nicht. Bist du tot? Ne, oder? Oh, drei Stück. Drei Stück ist schlecht. Geh mal, ich... Ich laufe schon mal raus. Ja, ne. Das sind... Drei Stück sind schlecht. Ach, da... Ich. Da licht. Ich werde gemessert. Im Ernst. Weißt du, was das Beste ist? Wenn du in so einem schmalen Gang stehst, drei Leute hinter dir sind und du nicht mehr laufen kannst nach hinten, ist es immer scheiße. Hm, das stimmt. Ich finde es scheiße, wenn man dann gucken will, wo die drei Leute sind und dann messert dich einer von hinten. Ganz feige. Dreckig. Bagage. Oh Gott. Oh Gott, da ist irgendwie so ein Mäusen. Da ist irgendwie so ein Mäusen, so ein Rattenloch. Ja, von hinten hat mich wieder... Carlos hat mich wieder von hinten weggeholt. Carlos, was macht der hier noch? Hat sich verdient, auf dem Server zu spielen. Eigentlich nicht. Da ist noch einer bei diesem Container. Der kommt jetzt hier. Kriegst du den? Ja. Ja, tot. Sehr schön. Ja, da ist noch mal einer. Der kommt jetzt gerade hinter mir. Ah, action. Misse, Misse, Misse. Oh, ging nett. Scheiße. Der hat mich gemissert. Wie geht das denn? 390 Air. Das ist ein 390 Air-Spiel. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, ich hole dich aber nicht. Das sind zu viele. 390 Air-Spieler. Der hat einen kleinen Penis. Lalalala. Der hat einen kleinen Penis. War ein Cockring, oder war das? Ja, der hat einen kleinen Penis und der braucht einen Cockring. So, jetzt. Ja, genau. Jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir wieder das Niveau erreicht. Genau. Das wollte ich mal reißen. Oh, da habe ich schon wieder die Musik. Aber wir sind ja nicht mal schuld an dem Niveau. Das machen einfach die Gegenspieler. Die nerven so. Ja, die sind so Niveau einfach sinkt automatisch. Ja, die sind so Nullis. Da könntest du gerade kürzen. Hörst du ihm reißen und reiern. Ja, ja. Oh Gott, aber leider. Ich sehe nichts. Oh, ist alles weiß. Ist alles weiß geworden gerade bei mir. Oh nein. Das Licht. Das Licht. Ich bin tot. Ja, was haben wir denn? Oh, 11 zu 13. Gar nicht so schlecht. Du bist schon wieder der Erste. Gehen wir mal. 1,5 zu 30. Die Waffe ist gut, ja. Die ist geil. Was? 4,4,3, ne? 4,4,3 mit Schalter einfach, ja. Ich spraye halt damit rum, kann man sagen. Oder wirklich ohne Zoom gehe ich da drauf, weil Zoom ist da in der Mitte tödlich. Ja, es lohnt sich schon eigentlich. Ja, ich muss bei der 4,4,3 gehen eigentlich ganz gut. Ich muss nur ein bisschen höher zielen. Ah, okay. Und dann schieße ich immer so zwischen den Beinen durch, weiß ich. Das ist ja blöd. So, also jetzt müssen wir erstmal die Folge beenden. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Battlefield 3 Folge. Und tschüss. Doi. Tschüss.